Es gibt eigentlich bis jetzt nur einen Kampf, oder? Mit dem Drachen am Anfang? Ja. Wir sind jetzt nicht weit. Stimmt noch einer, vielleicht kommen wir aber es ist schon eher ruhig. Es ist nicht mehr negativ, es ist nur so eine Feststellung. Unsere Ironwood-Tree. Das sind die White Hills. Siehst du, was sie getan haben? Das ist ein paar Jahre alt. Und sie hat es zu nichts reduziert. Before das ist, wir machen sie alle, die sie zu bezahlen. Aye, die White Hills, müssen das. Und Gwynne muss das. Aber wir müssen wissen, was sie weiß. Und sie wird über da. Be cautious, Milan. Wenn sie um ihren Vater helfen können, muss sie haben einen Grund. Ich will hören, was sie hat zu sagen, aber ich werde nicht vergessen, wer sie ist. Gut. Du siehst, was ihre Familie hier getan hat. Hier. Sie wollen das. Sie haben sich vielleicht noch einen anderen kennengelernt, seitdem Sie Kinder waren. Aber das könnte ein Trapp sein. Es kann ja eigentlich nicht schlecht sein, oder? Es kann eigentlich auch nicht, ich meine, es wird sich ja wohl nicht wundern, dass man so ein Messer bei sich trägt. Ja, ich glaube eigentlich. In so einer Situation, in so einer Umgebung. Also eigentlich kann es keinen Nachteil haben. Ich denke auch nicht. Es sei denn, es wird ihm abgezogen und er kriegt es halt... Das kann natürlich passieren, aber... Ich glaube, wenn sie ihn wirklich killen wollen, dann wird ihn so ein kleiner, so ein kleiner Dolch auch nicht unbedingt viel bringen. Ja, wahrscheinlich nicht. Ach gut, man kann sogar schneller vorwärts krüffeln. Hm. Ich kann trotzdem den Sohdust riechen. Ich höre die Wehung des Grimes, da. Ich habe euch jetzt draußen sogar gar nicht gesehen, von der anderen Seite. Ja, schon ziemlich shady, die Ecke, ja. Auf jeden Fall. Ach, guck sie da rein. Ah, das war's eine gute Entscheidung. Hallo, Gwyn. Es hat... Es hat so lange, wenn wir uns mit uns treffen, Roderick. Es hat. Es war vor dein Vater, die Sie und Asha erfahren, um dich und Asha. Vor er hat er gestorben, Dienerath. Du sahst mein Vater's Arbeit da, nicht? Und er wird nicht verhören. Er hat das gemacht. Er hat das gemacht, um alle Inch von deinem Land zu tun. Damn your father. He's laid waste to this land. My land. I'll have my vengeance for this. I brought you here so that you would see what's happening. So there's no need to make threats against my father. I come as a friend. Do you? Yes, I do. I wasn't sure you were even going to show. We're taking a risk, meeting like this. Unfortunately, it's the way it has to be. Did you bring anyone with you? Of course not. So we're along? No one even knows I'm here. I think we can help each other. But first, I've heard news of Asher, that he plans to return to Ironrath. Why is he coming back? I loved him once. I longed for Asher to come back. But not like this. How do you know about my brother? That's part of why I'm here. But I need to know you've come for the same reasons I have. I want peace between our families. No more wars. No more bloodshed. Is that what you want, too? I need to hear you say it, Roderick. Will you work with me to bring an end to this war? If you think we'll cower, you're dead wrong. You don't understand. Peace is the only hope your family has. My father is just waiting for an excuse to attack. Why do you think he sent my brother? So there will be trouble. My father will bring utter ruin on your house. Unless you let Griff feel like he's in control. Just like you kissed my father's ring, you must show the same respect to Griff. You don't know Griff, I got it. Oh, it's very difficult. The dogs still whimper when he walks past the kennels. My lord, a band of riders approach from the north. Seven hills. My father's guards must be tracking me. If they catch us here, they'll kill you. Sie sollte dich da so manipulieren. Wer weiß das schon. Neuigkeiten. Oh. I fear for your family, Roderick. You may think you've nothing more to lose. He is ready to show you otherwise. What the hell is your father planning? I swear I don't know. But whatever it is, he knows all your weaknesses. All your plans. What? How? Because you have a traitor in your council. Someone who knows every detail of your circumstances. My father boasts of it. And I've heard some of the reports. You must tell me, who is it? I don't know. We know you're planning to force Griff from your home. Even if it endangers Ryan's life. What? My father's guards are close. I need to know you'll do what I've asked. Promise me you'll submit to Griff. If you want peace between our families, it's the only way. Well, it depends on how Griff carries himself. You'll let my brother decide. Then clearly, you have given yourself over to slaughter. There's been enough killing. I hope you do your part. My lord, who's right is and nearly upon us. We have to go. What I don't want you. Be careful what you do with it. And remember, I'll hear about it if you don't. Come along, Duncan. Schwierig. Ja, das wird wahrscheinlich jetzt noch. Na ja, passt. Ich übergebe jetzt auch mal wieder an dich. Ja, danke. Danke. Ja, ich bin ziemlich sicher, dass es da gleich noch Ärger gibt, wenn du entscheiden musst, ob du jetzt was dagegen tust oder nicht. Das kündigt sich ja jetzt wirklich an. Würde mich sehr wundern, wenn das nicht passiert. Ja, müsste. Das hat sie ja damit fast schon... Genau. Ich bin aber auch gespannt, wer der Verräter ist. Ja. Ob es einen gibt. Das kann ja auch immer sein, dass sie... Ja, richtig, ja. Man will ja immer vertrauen, aber in der Game of Thrones, man, das ist vielleicht... Ja, das ist schon so, was ist das, was ist das, was ist das, was ist das, was ist das. Ja. Ja. Du darfst schon mal voreinscheiden, so ein bisschen. Okay, jetzt weiß sie auch, wer es ist. Ja. 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 Sie wird schon nicht der Verräter sein, aber ich... Trotzdem. Ich meine, sie wird ja auch nicht wissen, wer es ist. Und da gibt's den Ärger. Ja, das musste so kommen. Und hast du schon eine Arne, was du machen willst? Mit der Krücke alle totschlagen, was soll ich machen? Ja, das ist ja, ich versuch's. Okay, ja. Das ist ja, ich versuch's. Aber wir können jetzt nicht stoppen. Nicht bevor meine Lieblingsparte. Frontationskurs. Sag Hallo zu deinem Vater. Deine Theater auffiel. Ja, ist auch so. Nicht von ihnen. Ich würde sagen, 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 dass er besser ist als die Real Eater. Oh, besser als die Real Eater. Und was für dich, ey? Du willst du weitergehen? Die Menschen ohne Ehre sind weniger als die Brüder. Ich würde sagen, 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 dass ich meine Brüder mit deinem Blüten verhaut. Bevor das Ende ist, dein Blüten will mit meinen Brüdern auf dem Boden. So, ich hoffe, dass das alles gut ist. Es wird gut sein, wenn ich diese Blüten aus deinem Blüten verhaut und die Leben verhaut aus deinem Blüten verhaut. Das ist ein Blüten, das ist ein Blüten. Ich würde sagen, 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 ich würde sagen. Griff wird mit ihm. Wenn er fertig ist, er will er das ganze Haus gewinnen. Und er wird mehr als nur die Sprache für dich. Geh dein Junge raus hier, während du immer kannst. Roderick! Roderick! Jetzt ist nicht das Zeit. Oh, das ist ein kleiner Sinner. Ja, definitiv. Wendel, pack die extra rations. Duff, make sure the quivers are full and the torches are dry. Garrod. What's happening? We're heading north of the Wall to deliver justice to brothers turned traitor. They're hiding in the woods at a place called Craster's Keep. I've been looking for volunteers. The cowards murdered Commander Morman. We're going to kill every one of them. How far north is this Craster's? Some 60 miles into Wildland Territory. It's treacherous country. I appreciate if you're thinking of going, but you should know Britt volunteered. He took his vows in the set. Hmm. He's a brother now. I understand why you hate him. But bad blood could jeopardize this mission. Too many unknowns out there. I can't have my own men killing each other. I'll go on this place. I'm a better fighter than Britt. You want my sword before his. Hmm. I don't doubt your skill. But I need every sword that's willing to go. Even someone like Britt. Yeah. I can't have my conflict to self-awareness. I understand. I'd say the same if you ask me to swear allegiance to a bloody fray. If you're willing to come, just stay off each other's way. Well, that's what I'm saying. Yeah, that's what I'm saying. He understands very much. That's what I'm saying. It's a hard road to the rest of us. We leave tomorrow at first light. Now why don't you go talk to those two? They volunteered as well. Make sure they're ready. Doff. Where are my arrows? Well, what did John Snow say? I don't think he likes this much. Definitely doesn't like you, Finn. Haven't heard him seeing you or Chris? He wants to see us work together. No more problems. That's on you. Point is, he doesn't want any problems with either of you on this Craster's mission. Well, there's something you should know then. I borrowed this from you. What? Oh, I just got curious. I wanted to know, why your uncle was here. It never ends with you. What did I mean, no arm honest? I just wanted a quick look. I didn't want to see you. I didn't want to see you. We can't keep doing that Craster. Next time, ask. Well, I tried. And you just said, it was prime thing. Maybe because it was, you thief. But I think it was something else. I noticed this part here. Northgrove. That's for some shit story for little kids. A rumor. No, it's not. Of course it is. I heard it's a witch's den where they turn children into giants. Garrett. You don't actually take it seriously, do you? It's a fairy tale. For idiots. Everyone knows that. Didn't think you were that gullible. You're wrong, Finn. It's more than a rumor. Lord Forrester found the truth. It's real. And this says it's somewhere in the north. On the other side of the wall. Here I thought you might have some brains, Garrett. And you deserve each other. Have fun chasing your tails. Good. Didn't need him anyway. What do you mean? I think he doesn't know about the mammoths. Or white walkers. Or how to sneak past a giant. What? And you do? Do you know? It's the things you hear about. The rumors, is all. I wouldn't know myself. How could I? Where'd you hear these rumors? You know, I can't really remember. I hear things around Castle Black. People talk. Not about the north grove, they don't. You do. Probably heard you talking about it. Or maybe one of the recruits. Don't make me regret lying about the knife for you, Cotter. Tell me what you know. All right. All right. I've been on the other side of the wall, Garrett. You see, I live there. In the north. I'm part of the free folk. People around here call wildlings. I know. I know, it's crazy. I was with some other free folk. We were looking for weapons. South of the wall. We got caught. So, I passed myself off as a local. And, well, they sentenced me here to Castle Black for stealing. I shouldn't be here. This isn't my place. I didn't know what else to do. Cotter. You're the bloody enemy. How am I supposed to trust you now? I'm not your enemy, Garrett. I'm your friend. Or at least I thought I was. Are we... We still friends? I mean... I know, it's a lot to take in. And I'd understand if you were angry. Don't worry. I'm not going to be here. 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 This shit house you fixed is still leaking. I'll be right there. I'm going back home. No matter what, Garrett. Ich habe eine Geschichte gehört. Die Geschichte von einem Geheimnis, in einem Geheimnis. Dein Herrn wusste, was er zu sprechen. Du kennst, wo der Nordgrove ist? Nein, aber ich werde dich finden. Ich bin desertert, und zurück nach Hause. Ich kann dir, dich zu retten. Bleib mit mir, und ich zeige dir den Weg. Es gibt viele Dinge da draußen. Okay. Er wird uns eh nicht sagen, warum, wenn er uns verarschen will. Das brauche ich auch gar nicht zu fragen. Das ist so. Und alleine ist auch krass. Er könnte tatsächlich nützlich sein. Ja. Wie gesagt, wenn er uns hinters Licht führen will, dann bringt es aber nichts zu fragen. Warum willst du mir helfen? Er will es offensichtlich. So soll er es machen. Ja. 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 Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ja. 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 Ja, das stimmt. Es geht immer noch mehr in die Richtung. Asha fucking Forrester. Son of a poxy whore. You have some balls walking into my tent after all these years with that mama's monkey grin on your face. Well, that went well. All right, maybe I deserve that. That's not even a taste of what you deserve. You never understood consequences, Asha. One stupid mistake cost me an eye. But you never learn. You figured you'd steal from me and I'd just forgive you, not a fucking chance. So how are you going to pay me back? Your eye, your hand, or how about your tongue? Croft, no. Be reasonable. I am reasonable. I'm letting him fucking choose. Yeah, so good. Take some off the top, would you? Do not fucking test me. Croft, I deserve your anger as much as Asha. Don't worry, Beshka. You're next. Now choose. Or I slice off your balls, Asha. Hey, hey, hey. There's a price. Let him go. Enough. No more fucking about. Fuck you, Croft. Have a your way. You didn't need your testicles anyway. Oh, that was bloody beautiful. Yeah, man weiß ja auch nicht genau, wie das zwischen war. Das ist dann halt so ein bisschen, äh, Glückssache, was man hier anklickt. Are you fucking joking? You bloody busted. Oh, this is why people steal your shit and take off in the night. Come on, you arseholes. Have a drink. Ha, ha, ha. Jodan, the Khaleesi's best wife. Your friend has an interesting sense of humor. Ja, das trifft es völlig gut. You're a long way from young guy. We have a proposition for you. We? You're hardly the usual rap of these two, Croft. Your sword was always the quickest, Croft. I need you and your men to fight for me in Westeros. We need your hellhounds. A hundred good men. Am I in a hobby's tip would I ever go back to Westeros? I've got it good right here. Her grace pays good coin. I've got wine, women. My house is rich, Croft. When this war is won, I'll pay you. More gold than you've ever seen. Ha, 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 ha. Lord Asher, a fucking highborn thief. Not a chance in seven hells would I believe a promise from you. Just a minute, he speaks the truth. Aye. Well, it's not up to me. The second sons are sworn to Daenerys Targaryen. I've laid my sword at her feet. For now. Perhaps we could talk to her. She's a little busy right now, commanding a fucking seat. Her enemies are needing children up on posts for a hundred miles. And a bloody dragon's gone missing. Ach, den haben wir gefunden. Genau, deswegen habe ich auch vorhin gefragt. Hm? Okay, dann macht es wieder Sinn. Das ist dann hier der Twist, dass man ihr das dann sagen kann. Wie war denn das nochmal? Hat das? Ja, auch. Beides war alles kostenlos. Orange eyes. As big as my head. Scales are all black. That doesn't prove anything. Enough of this nonsense. We're done here, Asher. You two back in my life. There we go. I've got proof, you old fuck. Tell me what this is, if not a bloody dragon tooth. I wouldn't know a dragon tooth from a basilisk dick. You croft. I've seen her dragon. Oh, bugger me with a bloody spear. If you're lying about this, it'll cost more than your balls. Fair enough. Come on, you son of a bitch. Es wäre auch ein bisschen blöd, wenn da einfach so noch ein vierter Drache rumfliegt. Ja, eigentlich schon. Wenn man gar nicht weiß, wo der herkommt. Zumindest hätte man sich dann eine krasse Erklärung dafür einfallen lassen müssen. So passt das schon. Ja. Willst du wieder übernehmen? Ich weiß gar nicht, wie habe ich jetzt schon länger? Ja, es ist die Frage, wie viel noch übrig ist.